Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Stadionvlog. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es wieder ins Müngersdorfer Stadion. Aber es ist ein absolut brisantes Duell. Der 1. FC Köln trifft auf den VfL Bochum. Und ja, die Bochumer zurzeit auf Platz 15 haben ja letzte Woche 2-2 gegen Darmstadt gespielt. Die Kölner 1-1 gegen Augsburg auf Platz 17. Die Mainzer haben auch einen Punkt geholt gegen Leipzig. Und heute trifft, wie gesagt, Bochum gegen Köln und Darmstadt gegen Mainz. Also sozusagen, ja, ein absolut kracher Spieltag, wo es für uns eigentlich um alles geht. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und ich nehme euch jetzt mit. Wir schauen uns das Spiel an. Ich freue mich sehr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go! So, wir sind jetzt in Köln auf dem Parkplatz, wo wir eigentlich immer stehen tatsächlich. Und ja, jetzt gleich geht es dann Richtung Rhein-Energie-Stadion. Allerdings möchte ich natürlich auch meine Oma jetzt fragen, was sie denkt. Wie wird dieses Spiel ausgehen? Oma, sag mal dein Tipp. 2-1 für Köln natürlich. Also siehst du, genau das habe ich auch getippt. Das ist doch schon mal ein gutes Omen. Und das werden wir gleich auch hoffentlich sehen. Bis gleich am Start. Ich bin hier am Stadion und habe natürlich einen Zuschauer getroffen. Was ist dein Tipp für das Spiel? FC Köln 3, Bochum 1. Oh, also sehr torreich. Ja, ich bin der Ali Baba mit dem 27. Ja, sehr gut. Heute müssen wir von 100% Gas geben. Heute müssen wir Gas geben. Von A bis Z. Heute müssen wir richtig kämpfen. Ja, und die drei Punkte mitnehmen. Auf jeden Fall. Die drei Punkte nehmen wir heute mit. Bleibt heute hier. Ja, sehr gut. Und wir werden nicht absteigen. Das auf jeden Fall. Sehr gut, danke dir. Wir sind jetzt im Stadion drin. Und was ist wichtig bei diesem Wetter? Natürlich ein Kaltgetränk. So muss es sein. Und jetzt wird er jetzt mal gut getrunken. Auf drei Punkte, Leute. Hier habe ich einen Zuschauer, aber auch einen, den ihr sehr gut kennen werdet. Und zwar den FC Fabio getroffen. Grüß euch, Freunde. Ja, was ist dein Tipp für das heutige Spiel? Sag einfach 2-1 FC. Das ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken. Aber wir müssen das Ding heute ziehen. Scheißegal, wie. Ja, egal wie. Ja, egal wie. Wir müssen heute gewinnen. Absolut. Ja, muss sein. Alles klar. Danke, mein Lieber. Sehr gerne. Ich habe wieder einen Zuschauer getroffen hier im Münchersorfer Stadion. Was ist dein Tipp? Ja, also mein Tipp ist 1-0 für den FC. Dreckig, aber zumindest Sieg. Ja, sehr gut. Irgendwie tippen viele das, wenn ich auch tippe. Aber ja, egal wie, irgendwie ein Sieg. Absolut. Ja, danke dir. Auf einen schönen Spiel. Ich bin drin hier im Münchersorfer Stadion. Direkt an der Süd, so wie es sein muss. Und jetzt nur das Fußballspiel klappen mit dem 1. FC Köln. Denn wie gesagt, das ist ein enorm wichtiges Spiel. Viele haben 2-1 getippt. Damit will ich absolut leben. Also schauen wir mal, was es wird. Und auf geht's. Hier kommt unsere Mannschaft in den 1. FC Köln. Hier kommt unsere Mannschaft in den 1. FC Köln. Jetzt ist es. Letztes. 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 Na, 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 na. Na, 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 na. Wir haben auch wieder Zuschauer getroffen und fragt sich natürlich nach ihren Tipps. Was glaubt ihr, wie wird das Spiel ausgehen? 1-1. 3-1, okay? 2-1. 2-1. Okay. Tatsächlich haben sehr viele 2-1 schon getippt hier in dem Block. Aber schauen wir mal. 3-1? Ja, einige. Nur ein paar. Aber 3-1 würde ich auch nehmen, auf jeden Fall. Danke euch! Und hier, meine Damen und Herren, kommt die Mannschafts-Ausstellung von uns der Stelle Bestes 얼� retorts. 3-1! 3-1! 4-5! 3-1! 4-5! 4-5! 5-5! 8-1! 7-4! 3-1! 4-5! 5-3! 4-5! 5-2! 5-5! 5-5! Und mit der Nummer 29, Jan, mit der Nummer 39, Max, und mit der Nummer 37, Lünte, Trainer ist Jimo, Schultz! Musik 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 So Jungs, auf geht's, auf drei Punkte, Come on FC! Musik 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 FC ist dran, schon gute Möglichkeit gehabt jetzt hier, 15. Spielminute, ja, es muss einfach noch mehr nach vorne gehen, wir spielen da zu sehr nach hinten rum, aber wie gesagt, die erste Möglichkeit waren schon die Schnitt. Jawoll, schön, kommen weiter. Schalalalalala, Schalalalalala, hey, Pse, Schalalalalala. Schalalalalala, Schalalalalala, Schalalalalala. encontramos eine gute Idee. Klappe, Schie! Erster Fußball-Kampf Köln! Wir sind dabei, dass wir immer sein! Erster Fußball-Kampf Köln! Halbzeit hier in Köln, Müngersdorf, 0 zu 0. Ja, das Gute ist, es gibt noch eine zweite Halbzeit, denn die erste Halbzeit war so lala. Der FC ist erst ganz gut reingekommen, hat dann auch wirklich die ersten guten Minuten gehabt, wo wir auch nicht Möglichkeiten hatten, aber uns fehlt einfach wieder der letzte Pass, das Quäntchen Glück und dann eben auch einer, der einfach sich auch mal traut, aus der zweiten Reihe abzuschließen. Das haben wir nämlich bis jetzt nicht gemacht. Wir haben den Ball immer versucht, noch einen Pass, noch mal einen Haken dran und das hat eben leider nicht geklappt. Jetzt in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, die Mainzer spielen weiterhin auch gegen Darmstadt noch 0 zu 0 und die Kölner müssen jetzt irgendwie es schaffen, hier in Köln die Stimmung noch mal richtig kochen zu lassen. Man hat es gemerkt, hier auch im Stadionblock, die Stimmung kommt immer mal wieder ganz gut durch, aber wie gesagt, jetzt geht es auf die Südkurve zu und jetzt muss das Ding im Tor zappeln. Das ist, glaube ich, ganz klar. Der Schiri hatte auch schon die eine oder andere Szene, wo ich mich hier auch das eine oder andere mal aufregen musste, aber wie gesagt, es liegt nicht am Schiedsrichter. Wir müssen heute hier das Ding machen. Komm on FC, auf in die zweite Halbzeit. Auf geht's in die zweiten 45 Minuten. Jetzt heißt es zu gewinnen, die Mainzer haben übrigens doch ein Tor geschossen. Sie führen 1 zu 0, also heißt es für uns Kölner, jetzt hier auf uns zu gucken und eben hier das Einzelne auch bei uns zu machen. Come on FC. Komm. Schieß. Ah Mann, ey, da sind wir wieder beim Punkt. Nicht trauen. Nicht trauen. Ja, zu viel Platz. Zu viel Platz. Und weiter drehen. Nein. Vorne kriegst du die Dinger nicht rein. Keiner will hier Verantwortung übernehmen. Und dann kontert Pop um einmal und kommt direkt rein und macht das Ding. Weil er auch wieder ganz Köln pennt. Komm, schieß. Nicht, Junge. Mach die Nummer rein. Komm. Ja. Komm, wohin. Wohin. Wenn du solche Chancen nicht nutzt, sorry, dann verlierst du hier verdient gegen Bochum. Also Davy Selke, ein Stürmer macht so ein Ding rein. Nur so nebenbei. Komm. 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 Komm nachflächten. Aber was ist der Kling? Das ist erst bei den 27.900 Zuschauer nachhaltig angereist. Das Rheinweg-Stadion ist ausverkauft mit 50.000 Zuschauer. Das Rheinweg-Stadion ist ausverkauft mit 50.000 Zuschauer nachhaltig angereist. Das Rheinweg-Stadion ist ausverkauft. 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 Tegels macht das 1 zu 1. Ich kann es nicht mehr. Tegels, Steffen, Tegels. Tor für uns ist der Tegel! Heute gehen wir aus dem 1. Sommel-Tipp Tor für eine Spieler mit dem 21. Steffen, Tegels! Tegels, Tegels, Tegels! Auf geht's, Tegels, Tegels! Schöne! 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 19 plus 2 Tor für Wunder DSMFC Nummer 9 Schöne! Sieg! 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 Diez! 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 Das war's hier in Köln-Müngersdorf. 2 zu 1 gewinnt der 1. FC Köln durch verrückte Schlussminuten. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Die eingewechselten Spieler haben am Ende gerissen. Steffen Tigges macht das 1 zu 1. Der geilste Verein, der geilste Verein, der geilste Verein. Absolut, absolut. Ja! Sehr gut. Ihr merkt, wir sind einfach nur glücklich. Emotional pur. Ja, einfach mega. Denn jetzt geht's weiter. Das hatten wir in der 60., 70., 80. Minute bis zur 90. eigentlich. Nicht mehr geglaubt, dass es hier noch weitergeht in Köln-Müngersdorf. Jetzt kommen die Bayern. Wir müssen erstmal nach München. Dann geht's hier wieder in Köln weiter mit dem SV Darmstadt 98. Die Mainzer haben nämlich ebenfalls sehr erfolgreich gewonnen. Und hier haben wir noch einen. Was sagst du zum Sieg? Alter, so geil. Ich hab mir alles aus dem Leib gespielt, Alter. Ich musste sagen, ich musste heulen. Es war so geil, wirklich. Absolut. Nächstes Jahr international. Ja gut, ich wäre erstmal froh, wenn wir die Liga halten. Also davon mal abgesehen. Ja, also ihr merkt, alle Kölner sind hier sehr, sehr glücklich, sehr zufrieden. Wie gesagt, das war in der 80. noch nicht der Fall. Wie gesagt, jetzt geht's weiter gegen Bayern und Darmstadt. Und da, gerade gegen Darmstadt, muss man wieder gewinnen. Ja, aber es war sowas von wichtig. Ich verabschiede mich jetzt hier aus Köln. Wenn euch das Stadion-Blog gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen. Über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Und jetzt bin ich raus. Bis dahin. Macht's gut, euer Niklas. Und ciao.